Hallo. Was wollen Sie? Ich hatte da vorne an der Landstraße einen Autounfall. Einen Unfall? War glatt auf der Straße und das Auto ist dann in den Graben und ich bin gegen die Scheibe geknallt. Bin dann aus dem Auto ausgestiegen und hab dann irgendwann ihr Haus gesehen. Also los, kommen Sie. Jetzt kommen Sie rein. Winterjagd. Ich habe dieses Bild seit meiner Kindheit. Das ist ein Jäger. Klar, der pirscht sich an. Aber an was? Ich habe mich schon gefragt, ob es hier häufiger Überfälle gibt oder so. Wo sind die anderen? Seine Helfer? Die Hunde, Leute, wo ist sein Gewehr? Ja. Wir werden verfolgt. Es kommen dauernd Leute. Das ist keiner der Jäger. Das ist einer der Gejagten. Aber wer verfolgt ihn? Vielleicht ist es nur in seinem Kopf. Vielleicht ist der Jäger und Gejagter zugleich. Auf! Hilfe! Ja, die wissen vielleicht nicht, dass du lügst. Aber ich weiß es! 여기 ist mal. Da. He. Da. Vielen Dank.